Ich finde das Seminar hervorragend. Ich arbeite also mit Worldsoft seit zwei Jahren gut, habe aber bisher überhaupt sehr wenig gemacht damit. Und jetzt stelle ich erst einmal fest im Laufe dieses Seminars, was man alles damit machen kann. Es ist eine Art Kochbuchstrategie. Richtig Punkt für Punkt, man nehme, man macht es so, Präparation so und dann funktioniert es. Es ist das, was man erwartet hat, eindeutig. Also ich habe mir viel erhofft und die Erwartung ist so übertroffen worden, weil ich habe mir gedacht, dass man so eine ganz klare Anleitung bekommt, wie ich ein Geschäft, ein Webgeschäft aufbaue. Und das ist genial. Also ich finde es ganz stark, das Seminar. Vor allem ist es erst einmal eine Zusammenfassung von dem, was wir jetzt schon von ihm gehört haben. Also ich sage es jetzt kurz, Newsletter, beim Seminar in Stuttgart war ich dabei. Aber jetzt ist das doch noch alles so, dass man es wirklich gleich umsetzen kann, dass ich mich dann nächste Woche hinsetzen kann und loslegen kann. Es ist einfach erklärt und kommt gut drüber. Eine einfache Sache, um mit dem Internet Geld zu verdienen. Hat Spaß gemacht. Also der Vorteil von diesem Seminar, was ich sehe, ist einfach die offene, ehrliche Kommunikation und die Praxisnähe einfach. Also ich freue mich schon heute Abend, mich am Rechner zu setzen und gleich schon Sachen umzusetzen. Also ich bin ganz kribbelig. Ich will nach Hause umsetzen. Ich bin ganz nervös. Ja, also ich bin rechtlos begeistert. Ich habe mir insgesamt so sechs oder achtundvierzig Sachen aufgeschrieben, die ich persönlich, also die neu für mich waren. Ein Punkt ist dabei, den finde ich genial. Das ist diese Geschichte hier mit den Formularen, die man übers Internet hier dann generieren kann. Und das werde ich auch sofort in die Praxis umsetzen. Also wirklich nochmal ganz großes Lob an den Herrn Ahmet. Das hat er ganz klasse gemacht. Und auch, ich sage mal so, seine natürliche Art und Weise. Top. Hervorragend. Was mich fasziniert, wie Herr Ahmet uraltes Wissen und modernes Marketing sehr erfolgreich zusammenfasst. Immer unter der Berücksichtigung der vollkommenen Integrität des Anderen. Das ist faszinierend. Was mich natürlich interessiert hat, ist das Wie. Ich komme aus Spanien angeflogen für dieses Seminar. Also die Investition hat sich für mich schon wirklich bezahlt gemacht. Und ich bin begeistert darüber, wie Helmut Ahmet also wieder die Menschen mitreist. Und ich bin sicher, für mein eigenes Geschäft kann ich hier sehr, sehr viel rausholen. Ich finde es sehr gut. Für mich ist es ein ganz neues Gebiet, weil ich mich noch anders orientiere. Ich habe ein medizinisches Gesundheitszentrum. Und ich sehe da einen ganz großen Markt für mich. Für mich ist die Praxis, das Know-how wichtig. Und einfach auch Herrn Ahmet mal kennenzulernen. Ich habe den Success Coach Letter gemacht. Und diesen Folge Letter. Ja, ich denke, ich nehme viel mit. Das ist unheimlich viel Input und ich muss jetzt erst mal damit arbeiten, um das umsetzen zu können. Es hat mir sehr gut gefallen und hat sich gelohnt für mich, von Bremen hierher zu kommen. Das Seminar gefällt mir sehr gut. Der Stoff ist sehr komprimiert. Aber das hat auch eine spannende Seite. Und ich werde die Dinge, die ich hier gelernt habe beim Buildsoft-Programm, das ich bereits habe, intensiv einsetzen und das Ganze so auch nutzen. Also das Seminar hat mir sehr viel gebracht. Also ich bin ja kein Newcomer mehr auf dem Gebiet. Ich habe ja schon gearbeitet mit dem Erfolgs-Newsletter. Ich habe schon sehr tolle Erfolge gemacht. Bin jetzt total motiviert, weiter durchzustarten. Die Affiliates wirklich auch einzubauen auf meine Homepage, beziehungsweise Webmaster zu werden. Und freue mich schon sehr auf die Herausforderung. War ganz, ganz toll. Ich finde das super gut. Also ich bin begeistert. Es war wirklich prima. Wir sind ja extra, meine Freundin, aus Portugal gekommen, um hier teilzunehmen, weil wir Helmut Ahmendt kennen und ihn als seriösen Geschäftsmann eben schätzen. Super.